Du schon wieder. Gerade beim Scheich. Was ist da passiert? Er hat auf eine Nachricht von dir gewartet. Die hat er von mir gekriegt. Und? Na, war's wohl. Seinem Jungen war das scheißegal. Der geht nicht in die Wüste zurück, also gibt's auch keine Ölverträge. Das war alles für die Cuts. Ach ja, wirklich?